Instagram-Story mit Musik speichern Bei einigen Benutzern besteht möglicherweise das Problem, dass der Ton nicht gespeichert wird, wenn die Story in der Telefongalerie gespeichert wird. Dieses Problem betrifft normalerweise Android-Benutzer. Aber es gibt eine Lösung für dieses Problem. Normalerweise tun wir dies, um die Geschichte zu speichern. Hier laden wir das gewünschte Foto und Video hoch. Nun fügen wir die gewünschte Musik aus diesem Teil hinzu. Bestätigen Sie die Musik, indem Sie auf diese Option klicken. Dann speichern wir diese Geschichte, indem wir auf diese Option klicken. Nach einigen Sekunden wird das Video in der Galerie gespeichert. Bei einigen Android-Telefonen kann es jedoch vorkommen, dass das Video in der Galerie keinen Ton hat. Jetzt wollen wir die Lösung verraten. Betreten Sie den Chat-Bereich. Wählen Sie einen Chat für Ihr zweites Konto oder das Konto eines Ihrer engen Freunde. Klicken Sie hier auf die Kamera-Option. In diesem Abschnitt können Sie die Story erstellen, die Sie erstellen möchten. Wählen Sie hier ein Foto oder Video aus. Ich fotografiere. Klicken Sie nun oben auf die Aufkleber-Option. Wählen Sie die Musik-Option. Finden und wählen Sie die gewünschte Musik aus. Wählen Sie den Stil und bestätigen Sie ihn. Stellen Sie nun unten auf der linken Seite sicher, dass diese Option auf diesen Modus eingestellt ist. Bitte liken und abonnieren, bevor Sie fortfahren. Klicken Sie auf die Option Senden. Warten Sie nun einige Sekunden, bis die vollständige Nachricht gesendet wurde. Halten Sie es jetzt einige Sekunden lang gedrückt. Wählen Sie nun die Option Speichern. Jetzt ist dieses Video mit Musik gespeichert. Natürlich sollten Sie neben all diesen Dingen auch eine weitere Option prüfen. Geben Sie Ihr Profil ein. Klicken Sie auf die Option mit den drei Linien. Wählen Sie die Option Einstellungen. Kommen Sie zum Ende der Seite. Betreten Sie diesen Abschnitt. Stellen Sie sicher, dass die beiden folgenden Optionen aktiviert sind, damit Ihre Geschichten in der Galerie gespeichert werden. Bitte liken und Kanal abonnieren.